so herzlich willkommen zu meinem video hauptpflege und make-up nummer fünf und ich kombiniere immer hauptpflege mit schminkprodukten ich bin zwar ein make-up artistin aber hauptsächlich bin ich hauptpflege artistin und mir geht es um eine gesunde haut und wie sie das make-up richtig machen damit die haut einfach gesund bleibt und in dieser kombination genau und in diesem video geht es darum wie pflegt man die haut bzw wie schminkt man sie wenn man pickel hat und da möchte ich jetzt halt schon mal beginnen ich zeige auch ein paar sachen erstens ist es halt so dass die reinigung äußerst wichtig ist dass man einfach wirklich gründlich reinigt das zeige ich aber dann noch mal in anderen folgen das erste ist halt der tipp den ich habe ist hauptpflege auftragen und sage mal hier sieht man auch bei mir entsteht gerade ein pickel okay wie macht man das richtig und wie vermeidet man das ja es gibt ein zaubermittel und zwar ist es nicht tinktur dass unter anderem salicylsäure also extrakt aus der weidenrinde enthalten und extrakt aus dem teebarmöl aber es ist halt richtig hoch dosiert also es ist wie eine kampfwaffe ein bulldozer genau und dann nimmt man einfach eine ganz kleine menge mit so einem q-tip dass keine bakterien dran kommen und dann tut man punkte auf die stellen des auftragen das macht man morgens und abends am besten unterhalb des make-ups und man kann es auch oben drüber tun nur dann sieht man es eben mein tipp ist eben das vor dem make-up zu machen und sie werden sehen es ist innerhalb von kurzer zeit verschwunden bzw meistens innerhalb von 24 stunden als erstes zeige ich hier beziehungsweise dass man eben punktuell mit der tinktur die stellen abdeckt punktuell genau das wird jetzt gerade gezeigt erstens wird die haut eingecremt und dann anschließend mit dem aufgetragen und erst dann wird geschminkt so hier wird mit der tinktur gearbeitet und genau die punkte auf die punkte aufgetragen die abgedeckt werden müssen so jetzt kommt das make-up ganz dünn auftragen mit dem pinsel und richtig ein pattern in die haut so dass das eine ganz ganz dünne schicht ist so jetzt kommt das puder also auch mit sauberen pinsel puder pinsel auftragen ganz dünn damit das make-up den ganzen tag hält und jetzt kommt das russ das wird ganz leicht aufgetragen in den seiten ich mache auch ein bisschen aufs lied das macht einfach ein bisschen frischer genau so kann man es dann sehen jetzt noch ein bisschen wimperntusche auftragen das kann man ja bei jedem haut typ machen jetzt mache ich noch ein bisschen die lippen damit so ein highlight da ist damit auch abgelenkt wird von den unangenehmen stellen vielen dank fürs zuschauen vielen dank für ihre geduld wenn die noch fragen haben gerne hier unten kommentieren das video liken und weiterleiten an andere vielen herzlichen dank und bis bald tschüss ganz wichtig wenn man schminkt wenn man unreinheiten hat oder zu pickeln neigt ist immer mit sauberen werkzeugen zu arbeiten man verwendet der schmink pinsel und die sollen immer desinfiziert werden waber gemacht werden gewaschen werden ich zeige auch noch mal ein separates video dazu also ganz wichtig ist mit sauberen werkzeugen und immer mit werkzeugen zu arbeiten niemals mit den fingern weil da einfach auch bakterien enthalten sein könnten und gerade wenn unreinheiten vorhanden ist ist das wichtigste dass man in den stellen die sachen dünn aufträgt also umso mehr abzudecken ist umso dünner sollte die schminke sein bald das flüssige make up aufgetragen ist immer auch ein profi make up nehmen wie ich hier schon im vorigen video gezeigt habe das hauchdünn auftragen und dann mit einem profi make up beziehungsweise puder fixieren und ich würde halt immer eins nehmen was entweder so ein porzellan puder oder ein mineral puder und damit es einfach den ganzen tag hält und nein schminke blockiert die poren nicht ganz ganz wichtig ist halt wirklich abends dann richtig gründlich zu reinigen und nicht nur einmal zu reinigen mit dem reiniger sondern zweimal ich nehme meistens erst reinigungsmilch oder ein reinigungsöl weil das wirklich alles weg reinigt und dann nehme ich anschließend noch ein reinigungsgel und dann noch ein gesichtswasser und dann ist die haut richtig sauber und genau und dann können sie gut ins bett gehen und am nächsten tag wieder schminken aber wie gesagt wie bei meinen allen anderen tipps weniger schminken man sollte auch aus dem haus gehen können ohne dass man stark geschminkt ist ich habe zum beispiel heute gar keine schminke drauf außer mineralpuder und ich brauche nichts anderes weil meine haut schon so gesund ist also das ist das geheimnis vielen dank fürs zuschauen ich freue mich auf einen like und auf einen share und freue mich auf eure kommentare und fragen ja und noch einen wunderschönen tag tschüss Jeremy jetzt 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 ко jetzt 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 du od jetzt gleich du